Hallo, ihr Lieben, und einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich. So, da sind wir, ich habe uns mal einen richtig schönen Ausblick mal rausgesucht. Schön auf die Kirchtürme. Na ja, so soll es sein. So ist schön, so ist fein. Gut, und wir haben uns ja vorgenommen für die Woche, dass wir der Frau Brigitte endlich mal einen vernünftigen Platz bieten, wo sie ihre Steuerkanzlei aufmachen können. Deswegen würde ich sagen, wir werden uns hier mal ein bisschen Platz schaffen. Dazu brauche ich natürlich das da. Und dann werden wir erstmal Bäume fällen. So, 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 so. Die können wir stehen lassen. Das kommt weg. Das kommt weg. Dann lasse ich mal die vordere Reihe stehen. Dann schauen wir mal. Ne? Lassen wir das? Komm, das lassen wir. Das können wir lassen. So, bauen. Und schon ist das hier ein bisschen hübsch. Ne? So. Dann gucken wir mal, wie wir das machen. Zum einen müssen wir natürlich hier dicht machen. Und es war ja der Wunsch vom Jeffrey oder vom Dieter. Keine Ahnung. Irgendeiner hat gesagt, dass wir hier quasi die Bildhauerwerkstatt doch bitteschön hier mit integrieren sollen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das am besten jetzt hier drehen. Aber ich würde fast vorschlagen, wir werden uns das hier mal anklickern. Und werden quasi hier... So. Ne? Ich müsste es eigentlich drehen, ne? Ich müsste das eigentlich drehen. Pass mal auf. Ich setze das mal hin, damit wir da mal wenigstens etwas haben. So. Und dann schauen wir mal hier rein. Bildhauerwerkstatt. So. Okay. Kostenlos. Höher geht es ja nicht, ne? Höher geht es ja nicht. Und dann hätte ich nämlich gesagt, okay, die Bauhütte, die reißen wir jetzt einfach mal weg. Ne? Das würde ich nicht freuen. Aber dann setzen wir ihn dann wieder in die neue rein. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir werden... Ja. Komm. Das reißen wir mal weg. Und bauen uns quasi hier... Wo war denn das wieder? Steinmetz? Ne, das war... Warte mal, das war hier mit dabei. Zack. Da. Die Bildhauerwerkstatt drehen wir uns dann hier so hin. Warum ist jetzt zu weit? Jetzt geht es. Jetzt geht es. Die bauen wir uns hier so hin. So. Bauen bitte. Da haben wir die Zeit höher drin, damit es nicht so lang für ein Habit dauert. Jo. Und dann werden wir hier mal ein bisschen anbauen müssen. Jo. Dummdi-dum. Nochmal. So. So. Und so. So. Ich würde... Obwohl wir machen hier eine Mauer hin. Das machen wir mal anders. Das reicht so. Okay. Dann können wir hier nämlich die Dinger da wegnehmen. Zack. 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 Dich auch noch. So. Jetzt ist es clear. Dafür machen wir hier. Schrägen wir das Ganze mal ein bisschen ab. So. So ist gut. Und dann noch das Gedöns mit dran. Hier. Und hier. Dann kommt hier so ein Fropfen hin. Und dann machen wir das hier. Und dann kommt da noch ein Fropfen hin. So. So kann man das lassen. So kann man das glaube ich lassen. Oder wir gehen her und ich sage, okay. Wir machen hier noch eine Treppe hin. So. Passt. Halt, jetzt habe ich etwas weggerissen. So. Und dann gehen wir natürlich her. und machen hier noch das so und so. Dann noch Fropfen hin. So. Jetzt hat. Jetzt passt das. Guti. Dann können wir das hier dicht machen. Oh, warte mal. Ich hätte vielleicht auch Bound drücken sollen. So, jetzt. Gut, dann haben wir das hier soweit. Und wir werden uns hier dann da muss ich mir wieder ein bisschen was einfallen lassen. Weil sonst schaut es nämlich blöd aus. Aber wir werden ganz einfach hier ist das so So. Einmal. Und dann das Ganze hier noch. So, hier rüber ziehen. Oh, da ziehe ich es ganz durch. Und schaut, das ist ein bisschen doof aus, ne? Dann lassen wir es lieber so. Lassen wir es lieber so. So. Und schon hätten wir da einen Eingang gesetzt. Das Ding muss noch ein bisschen weiter raus. So. Und du dann so. So. Jetzt hat das. Na. Jetzt muss ich mal bloß hier was einfallen lassen. Da schaue ich jetzt mal ganz gerne in die Ding rein. Nee. Da. Da so. Juti. Juti. Und dann packen wir uns einfach hier eine Säule hin. So. Ja. So kann man es glaube ich lassen. Packen wir da eine Säule hin. Da muss ich mal gucken, haben wir da nicht eine Möglichkeit den Eingang zu setzen. Ob das mit den Säulen klappt. Ich bin mir nicht sicher. Hier ging es. Zack. Wenn ich dann hergehe und mache hier noch eine Säule hin und da noch eine Säule lasse ich das Ganze mal bauen. Und dann können wir hier noch ein bisschen ein bisschen weiter rüber gehen. Ja. Guck mal. Das kann man angucken. Das kann man angucken. Guti. Dann hätte man das schon mal geschafft. Da ist gebaut. Da können wir dann den Herbert wieder reinsetzen. Na. Oh. Guck mal. Hat er von alleine geschafft. Super. Sehr schön. So. Dann kommt das Zeug hier weg. Das da weg. Das da weg. Das da weg. Das Ding können wir eigentlich auch dann rausbrechen. Das hier. So. Halt. Da war ja noch was. Na komm. So. Jetzt. Jetzt passt das. Jetzt passt das. So. Und dann können wir hier dicht machen. Ich würde vorschlagen, wir ziehen die Hecke so. Und dann so. Einmal so. Und hier so hin. Das lassen wir dann offen. Das wird schon mal rein. So. Ja. Dann ist das schon mal ein bisschen. So. Mal kurz räuspern hier. Dann ist das schon mal ein bisschen abgeswitcht hier. Das ist in Ordnung. Können wir eventuell vielleicht sogar noch Zaunien machen. Und dann ist gut. So. 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 Und dann da rein damit. So. So. Zack. Und das weg. Ja. Besser. Besser. Gut. Hätte ich doch mal gesagt. Haben wir den Part auch mal geschafft. Ja. Das taucht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen bequemer hier hinsetzen. Tja. Also gut. Dann können wir hier anfangen das Steuerparadies aufzubauen. Dazu würde ich erstmal den Kaufmann anhören. Was der will. Holz. Schaut es mal ins Holz an. Ja. Doch. Geht. Geht. Für den Bischof ist immer gut. So. Holz geliefert. Sehr schön. Gut. 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 Jetzt ist die Frage. Wie machen wir das? Ich hätte es schon ein bisschen schön haben wollen. Dazu würde ich allerdings erstmal. Na. Dich hier hinsetzen. Und wir machen mal hier. Den Weg noch ein bisschen breiter. So. So ist gut. Ups. Machen wir das so. Warte mal. Machen wir Tee mal aus kurz. Dann setze ich das hier noch so rüber. Zack. Wenn ich jetzt Tee wieder anmache, will es klappen. Ja. So ist gut. Gut. So. Das Ding kann weg. Den Rest können wir so nicht lassen. Gehen wir hier noch lieber mal mit dabei. Das passt. Das passt. Bauen bitte. Ja. Guck mal. Schöne Rasenkante. Gut. Dann hätte ich es ganz gerne so, dass wir das ein bisschen erhöht hier hin bauen können. Deswegen würde ich vorschlagen, wir werden uns hier... Hier. So. Da nehmen wir allerdings... Oder warte mal. Nehmen wir mal anders. Machen wir anders. Machen wir anders. Und zwar, wenn wir uns die Stonegate-Mot schnappen. So. Und wir werden... Wooden Red. Wooden Mainer. Wooden Green. Wooden Yellow. Wooden Brown. Wooden Blue. Nehmen wir doch Wooden Blue. Nehmen wir Wooden Blue. Und wir machen hier... House Level 2. Und klöppeln uns jetzt was Schönes zusammen. Gucken wir mal. Da haben wir die Random Buildings. Little Castle. Ja, das ist wieder was, ja? Ja, nee. Nee, nee, nee. So, das sind die Random Dinge. Eventuell machen wir es eher so. So. So wird das schon eher was. Das ist, glaube ich, ganz nett. Ich stelle mir das mal hier hin. Und dann schauen wir mal, was wir da noch haben. Oh, guck mal. Das ist doch viel schöner. Das passt doch. Das passt doch. Dann würde ich nämlich hier das so hinsetzen wollen. So. Vielleicht ein bisschen weiter rein. So. Dann kann das hier weg. Ne. Dann haben wir hier ein bisschen was Rausstechendes. Das ist ja nicht verkehrt. Ne. Das ist ja nicht verkehrt. Gut. Dann können wir die ganzen Zeug hier noch ein bisschen... ein bisschen noch Fenster gönnen. Da muss ich mal ganz runter. Schauen, dass wir hier Holzfenster rankriegen. Dann machen wir das ganz einfach hier so. Guck. Ähm. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und... Viermal. Und dann können wir hier noch ein Erker hier mit dran setzen. Zack. Dann lassen wir links und rechts mal frei. Obwohl. Warte mal. Können wir das nicht so machen? So. Und dann so. Glaube schöner, ne? Ja. Das ist schöner. Hier basteln wir noch mal... eine Amtsstube rein. So. Und das gleiche machen wir hier. So. Und so. Wie schaut es hier aus? Brauchen wir auch, ne? Brauchen wir auch. Dann machen wir das auch. So. Jetzt aber. Schade, dass man die nicht nachträglich noch entfernen kann. Aber... Da setze ich jetzt mal eins so hin. Und dann meine Lieblingsfenster hier. Damit frische Luft reinkommt. Ganz wichtig. Durchzug. So. Hier können wir eine ganze Batterie machen. Oder aber wir gehen hier immer ein rundes Fenster rein. Und dann dafür die da hin. Ja. Da machen wir dann... Damit Licht reinkommt. Das so. Dann haben wir alles geschafft. Dann braucht das Ganze noch einen Schornstein. Wo haben wir denn einen? Da. Der schaut aber raus, ne? Der schaut aber überall raus. Och, das ist doch wieder doof. Das ist doch wieder, 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 wieder richtig doof. Ah. So was neppen die ja nicht, ne? Ne. Ach, das ist jetzt... Ja, dann da oben. Dann halt so. Ja. Dann machen wir es halt so. Gut. Habe ich noch irgendwas, was wir da hinmachen könnten? Eventuell. Löp. Wie groß ist denn die Wandfahne? Och, die snappt da wieder nicht, ne? Oh. Die würde... Das ist doch wieder total doof. Da würde die snappen. Ja, warum nicht, ne? Hängt halt aus dem Fenster raus, ne? Aber ist ja nicht verkehrt. So. Damit das gleich gekennzeichnet ist. Dass es hier in der Amtsstube mehr oder weniger mit ist. Ne, ist doch gut. Das passt doch. Ich denke, das können wir so lassen. Das kann man so lassen. Gut. Zupp. Dann hier noch runter. Dann würde ich vorschlagen, machen wir... Was machen wir denn? Machen wir hier noch Verzierungen hin? Die... Na, die snappen jetzt hier vorne nicht, ne? Warum nicht? Why not? Da können wir nochmal mal bloß eine in die Mitte rein. Das ist doch wieder doof. Gleich ist es wieder doof. Wir hätten jetzt... Acht, guck mal. Die passen da oben aber auch, ne? Ja, komm, nochmal mal die da unten wieder weg. Dann machen wir lieber hier. Guck. Damit jeder weiß, wo das Finanzamt ist. So. Und hier noch. So. So, damit brauchen wir bloß noch ein Amtsding. Dafür mache ich das weg. Und wir bauen... Das da hin. Da. Jawoll. Komm, da machen wir mal die Dinger weg. So. Jetzt aber. Den Rest können wir so lassen. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal bauen. So. Und gucken mal, was passiert. Aber das ist, glaube ich, schon mal kein schlechter... Kein schlechter Einstieg dafür. Und dann haben wir hier die Stadtmauer schön ein bisschen weitergezogen. Das ist auch gut. Das taugt. Wann immer, sehe ich da Lichtspalt. Nicht, dass der Jeffrey wieder mit der Lupe vorm Fernsehen sitzt. Ja. Aber da kann ich gar nichts machen. Ha. Das ist ja doof. Ja. Dann lassen wir das mal so. Dann lassen wir das mal so. So, hier wird gebaut. Das ist schön. Ja, guck mal. Sticht doch schön hervor. Warten wir mal, bis die fertig sind. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch fein. So soll das sein. Dann würde ich das nämlich hier noch ein bisschen einkasteln wollen, dass wir hier dann noch ein paar Schatzdinger hinmauen. Und natürlich dann das Steuerbüro noch mit dran setzen. Das ist natürlich noch die Option, die wir da benötigen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. So, was haben wir hier eigentlich drin? Das ist 6 von 6, da. Puh. Das kriege ich so leicht da gar nicht weg, ne? Das kriege ich da gar nicht so leicht weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Schwierig. Könnte leicht schwierig werden, aber gut. Ja, es hebt sich auch schön ab. Das ist okay. Das ist okay so. So, jetzt macht er nochmal ein paar Fahnen dran. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich. Aber wir können ja hier schon mal ein bisschen so einen kleinen Lustgarten. Habe ich mir vorgestellt. So ein Mini, Mini. Mini Lustgarten. Warte mal, da baue ich ja das gar nicht erst. Sondern das. 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 Das reicht eigentlich schon. Das reicht schon. Okay. Lustgarten. Ich würde gerne den Weg dann auch hier verbreitern. Da brauchen wir dann doch die Fantasy Mod. Zack. Dann verbreitern wir mal die Wege. Dann brauchen wir mal hier so einen kleinen Point of Interest. So. Zack. Und dann können wir die weiterführen lassen. So nämlich. So, 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 so und so. Und von hier muss ich einmal so setzen. So. Und dann hier so einmal entlang. Zack. Zack. Dann hier so rum. Warte mal. Muss ich ein bisschen schräger kommen. So nämlich. So. Und dann wieder rantackern. Warte mal gucken. So, so, so. Und dann hier so rumgehen lassen. So, da muss hier noch der Baum weg. So. So. Ja, ich komme hin. Jetzt kommen wir hin. Oh. So. Gut. Dann hätten wir das schon mal so. Dann haben wir hier die Ecke. Wo geht denn da der Hauptweg lang? Warte mal, ich lasse das jetzt erstmal bauen. Ah, wie schaut's aus? Ja, passt. Das passt. Dann hole ich mir nochmal ganz schnell das hier. Und wir werden hier noch ein paar Bäume fällen müssen. Damit das an den ganzen schönen ausschaut. Hier, guck. So. So. Da brauchen wir es nicht. Aber hier. Da würde ich sagen, nehmen wir doch die ganze Reihe weg. Lass mal hier so reingehen. Das passt. Okay. Okay. Wenn ich schon mal da bin, ne. Nehmen wir natürlich das hier auch noch mit. So. Ne. Kommt, das passt. So. Ups. Okay. Dann haben wir das. Dann machen wir auch hier einfach nur ein Brunnen hin. Lass mal kurz gucken bei Dekoration. Tup, 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 tup. Dann machen wir einen ganz simplen, einfachen Brunnen würde ich da nur reinsetzen wollen. So. So. Bauen. Dass wir da erstmal so eine Grundform reinkriegen, ne. Und dann schön mit Hecken das Ganze. Ähm. Nehmen wir solche Hecken. Die lassen wir hier so rauswachsen. Lassen wir es hier so einmal in die Runde gehen. So. Hier machen wir auf. Und gehen dann hier wieder weiter ums Eck. So. Perfekt. Perfekt. Können wir hier aufmachen. Dann schauen wir hier. Das schaut doch gut aus. Das schaut doch gut aus. Und dann probiere ich es nochmal mit den Bömmeln. Die Bömmeligen Bömmel. Die Bömmeligen Bömmel. Dann nehmen wir die Bömmel. Die Bömmel hier noch mit reinsetzen. Hier hin. 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 So. Und dann noch hier. Und hier. Oh. Ne. Einen hier. So. Da ist der Brunnen gebaut. Das ist schön. Da sitzt wieder einer. Ja. Sehr schön. Gut. Das schaut doch mal ganz vernünftig aus. Das schaut doch ganz vernünftig aus. Und dann würde ich nämlich sagen. Machen wir hier noch. Hier noch. Jemals zwei immer dazwischen. So. Hier natürlich nur ein. Hier auch. Hier wieder zwei. Zwei. Einer. Zwei. Und dann. Einmal durch. So. Das ist okay. Dann haben wir doch da schon mal was. So. Was macht mein Haus hier? Ist immer noch nicht fertig. Haben wir so wenig Stoff? Kann das sein? Dass wir keinen Stoff haben. Null Stoff. Warum haben wir null Stoff? Wie schaut es mit unserer Wolle aus? Sechs Wolle. Oh oh. Oh oh. Wie viel haben wir denn hier reingeballert schon? Gar nichts. Ui. Wie brauchen wir denn so viel Stoff? Verkaufen wir Stoff? Haben wir den Stoff etwa im Handel drin und ballern den sinnlos raus? Nö. Nö. Aber wir können doch eigentlich Stoff einkaufen. Das bringt uns doch wieder hier gute Connections. Wer verkauft denn hier Stoff? Wo können wir denn hier? Hier. Da können wir bei Northbury können wir nochmal hoch gehen dann. Das machen wir. Komm wir kaufen mal Stoff ein. Ähm. 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 Stoff. Kaufen. Bis das Inventar 100 anzeigt. So. Schauen wir mal. Geld haben wir. Das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Gut. Dann würde ich sagen, klicke ich mir das nochmal kurz an. Und wir werden hier dann ein bisschen dekorieren. Erstmal den reichten mir das. Reicht mich da. So. So. So könnte es reichen. Ich baue mal. Ja. Ist okay. Dann ist es okay. Obwohl. Könnte auch ein bisschen größer sein. Das könnte eigentlich größer sein. Lass wir es nochmal wegnehmen. Und auf jeden Fall machen wir es dann so groß. Ja. Besser. Besser. So. Ja. Guck mal. Viel besser. So. Dann hole ich mir mal ein paar Bänke. Schwuppdiwupp. Dann haben wir das. Bänke. Da. Gehen wir dann nochmal eine Holzbänke oder was? Machen wir mal Steinbänke. Machen wir mal lieber Steinbänke. Das werden jetzt auch nicht so viele werden. Sondern so. 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 Können wir hier noch eine hinsetzen. So. Und hier noch eine hinsetzen. So. Ist nicht ganz, ne? Ne. Das da ist falsch. Das da ist falsch. Deswegen setzen wir das jetzt mal so hin. Und dann da oben. Verschwindet mir der Baum da oben. Ach ja. Verschwindet mir der Baum. Den mag ich ja machen. Komm. Dann lassen wir das so. Kommt hier nochmal eine Bank hin. So. So. Ja. Guck mal warum nicht. Why not? Why not? Hätte ich gesagt. Ja. Das passt. Das ist okay. So. Tut sich was? Ja. Da tut sich was. Das ist doch schön. Das ist okay. So. Ja. Das passt. Das ist schön. So. Kinders. Ich habe ja gesagt. In den Sommermonaten. Werden wir unter der Woche nur 30 Minuten Folgen haben. Ne. Einfach. Weil es für mich. Bisschen. Bisschen angenehmer ist. Und für euch natürlich auch. Weil ich denke mal. Im Sommer. hat jeder von uns ein bisschen was Besseres zu tun. Als die ganze Zeit vor der Glotze zu hocken. Sollte es zumindest so sein. Gut. Dann würde ich sagen. Machen wir am Donnerstag dann hier weiter. Machen das Finish. Von der Steuerkanzlei. Und dann hat die Birgitta nämlich auch ein wunderschönes Zuhause. Mit angrenzendem Lustpark. Da kann sie dann Lust wandeln. Wenn sie mag. Gut. Also dann. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Dienstagabend. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Däumchen wäre ein Träumchen. Ne. Abo wäre fein. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss. 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 Tschüss.